Was ist da drin? Ähm, hat der eine Block, der Grasblock, hat der sich runtergefahren und ist der oben oder ist der unten? Der ist oben. Ja, dann mach mal, äh, grad mal das Land eben um. Hab ich schon. Und mach mal eben ne Kartoffel rein. Und, äh... Und Knochenmehl. Hab ich ja schon mal. Ja, die ist eindeutig ein Fehler. Ja, ich weiß. Also deine Linie von der einen Fackel, von der obersten Fackel, geht ja über die Dispenser. Mhm. Und diese Redstone-Leitung, die muss bis zum Repeater, ne? Ja, aber wenn das ist, dann ist der andere Block dauerhaft unten und der andere ist trotzdem hier ausgefahren. Warte mal. Ja, ist die Leitung oben auf deinen Dispensern, ist die an oder aus? An. Ja, guck, die muss irgendwo, die muss aus sein. Vielleicht hast du die falsch aufgebaut anfangs. Ne, eigentlich nicht. Na, mach mal irgendwann, mach mal ein Screenshot und schick mir den mal nachher. Kann nicht so schwer sein. Kann nicht so schwer sein. Was hast du schon mal gemacht gehabt? Das sagst du so einfach. Mhm. Soll der Block nicht normalerweise abhalten, dass das an ist? Redstone? Welcher der Block, der nach hinten rausschiebt? Ja. Ne, der bevor, der muss über der Fackel sein, damit der halt das andere ausschaltet. Ja, aber irgendwie ist das an. Okay, bei dir ist das irgendwie komisch. Also bei mir ist, bei mir sind nur die drei Redstone, äh, bei mir ist nur, die drei Redstone sind nur an bei mir. Mhm. Und die Fackeln. Die untere Fackel und die, die zweite Fackel über dem, unter dem Block. Echt komisch. Mehr ist bei mir nicht an. Wie gesagt, ich hab das schon gemacht gehabt. Naja, das haben sie alle. Ah, ein Screenshot davon. Nö. Schon wieder das scheiß Blumen hier. Klassen. Hab ich noch irgendwelche hier rumfliegen? Spinnfäden? Hier ist noch Knochenmehl. Denn, denn. So. Wo schaust du das da rein? Ach ja, Hund ist ja gut, Kea. Hol dir nicht rum. Welcher? Na mir. Draußen wieder? Nein, nicht draußen. Mein Minecraft-Hund. So. Der holt hier rum. Komm, gibst du ein Stück Schweinefleisch hier. Bitte sehr. Aber immer noch, was ist denn bei dir los? So, komm mal her. Ruf. Scheint aber jetzt wieder besser zu sein. Wo ist denn eigentlich dein Brüderchen? Oder bist du noch alleine, hä? Mau, 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 Mau. Was ist denn der zweite? Hier. Komm mal bitte her. So. Okay. Nein, 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 nein. Bleib hier. So. Super komisch. Ja, ist eindeutig bei dir komisch. 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 Ja, oder so. Komisch, komisch. Stunde haben wir schon. Ja. Oh. Ich hab hier gar keine oben mehr. Hab ich da noch eine? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Die kann ich mal mitnehmen. Miau. Wo hab ich die denn? Da, Eisenho. Eisenho, ho, ho, ho. Tue ich mal gleich hier in die Kiste rein, dann. Suche ich die nicht pausenlos. Mhm. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Bei mir funktioniert's. Ja, das freu ich mich aber auch grad, wie das nicht geht. Du hast irgendwas falsch gemacht. Falsch. Du hast irgendwas falsch gemacht. Falsch. Das ist ja auch nicht mehr da. Vorne steht sie aber noch. Nee. Doch. Die steht bei mir nicht mehr. Ach so, genau. Steht ja noch, glaub ich, am Haus, ne? Am Spawnhaus, oder? Mhm. Da kann ich auch nicht mehr so. Ja, da steht sie noch. Bei meiner hab ich abgebaut, weil ich ja sowieso jetzt pausenlos Essen hab. Mhm. Brauch ich auch nicht mehr hungern. Ja. Dank modernster Technik. Und einer Schlachtanlage. Den, 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 den. Klammer noch 8, 8, 8. Dank, 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 dank. Hey. Was denn? Nix. Ich hab nur so jährige seitdem. Aha. Ich dachte, der ist schon wieder mal ein Alarm hier, der gleich angeht. Der sowieso gleich angeht. Mhm. Oh. Sie haben eine neue E-Mail. Wow. Ah, die hier rein. Sie haben eine neue E-Mail. Ich weiß auch nicht. Jetzt geht mal ein Alarm an. Okay. Ich hab eine neue E-Mail erhalten. Ach so. Kennen Sie schon. Twitter. Schön. Das ist unglaublich, ey. Du meldest dich mit der einen Adresse an und wollen sich von der anderen Adresse auch mit anmelden. Hä? Du kennst keinen Twitter. Ne. Vorher auch. Ist doch nicht so bekannt, weißt du doch. Ähm. So, einmal Kohleblock. Ach, hier ist auch noch mal so viel drin. Ach, du Scheiße. Ich glaub, ich lass das mal mit dem Kohleblock. Ja. Ja. Mach das konventionell. Dann kann ich draußen alle Öfen anschmeißen. Mhm. 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 Ja. Da hatte ich noch einen Bogen. Meine Güte. Wie ist das immer meine Güte? Nach so Langeweile. Ja. Ich sag ein Ja. Mein Gott. Ne, wieso nicht. Ist ja für Gott, ist für uns alle da. Ja, Herr Gott. Wow! Wo kam Spider-Man denn hier? Wow! Die kam angerannt und dann schön von oben so angetitscht. Mhm. Oh, geh weg, Zombie. Will wir meine Ruhe haben bei dem Abbauen hier. Oh, ey. Warum geht das denn nicht? Weil du schlecht bist. Guck mir auch. So, Eisen. Boah, ich hab gar keine Eisenrüstung mehr. Ach, du Scheiße. Muss ich unbedingt machen. Dia kann ich gleich mitmachen. Dia-Panzer. Dia-Hose. Dia-Helm hab ich schonmal. Weil ohne geh ich jetzt nicht mehr noch raus. Ne? Zack. Dann kommen die Dia's weg. Schau, dass man aus Emerald nix machen kann. Mhm. Das stimmt. Dann kommt in... Welcher Giste hab ich denn hier? Da. So. Eisensachen anziehen. Und Zombies schnetzeln. Neue Zombies? Ihr Scheißkerne. Alles im Problem. Na? Meine Freunde der Nacht. Ich weiß gar nicht, wo mein Eisengolem hier ist. Ich glaub der ist schon... ...weggelaufen vor mir. Meinst du? Ich hätte keine Lust mehr. Weiß ich nicht. Ich hab mich jetzt nicht mehr gesehen. Seit langem nicht mehr. H cle обнаруж noch gar nicht mehr. Gemeinsam drei Skelette. doch als alles andere sind baby zombies wird halbwegs alles verkehrt es nimmt für den chang oder was natürlich an chang nicht geladen hat mich das drecks vier hat den repeater in die luft siehst du doch und so muss den neuen machen kostet nix alles deine schuld es ist alles nur geklaut kaum der will 30 werden noch schaffen jetzt hier sind wir denn in der stunde aber sechs uhr mein essen mein essen ich habe auch hunger hat er uns alle da der handhaften kaktus block ja noch nicht glätt schießt doch den scheiß creeper ding ab hier Alter, zahm ich, zahm ich, zahm ich, zahm ich. Blablabla. Blöder Skelettys, 3 Level noch. 3 Level noch. ist wieder feierlich kann schon geladen auch